um ich zeigte einen skil oder auch nicht die nächste wirst du sie in diesem Land nein ja genau das passiert mir auch immer jetzt ist noch nichts Felix, Robert, deine Chance wir tauschen also Plätze das wirklich juckt dann auch einfach nicht ach Robert na was denn, den hab ich geholt ja auf einmal stand hinter mir einer, den hab ich nicht mal mitgekriegt eigentlich stand der theoretisch ja vor dir ja, aber ich hatte die Karte auf hinter mich komm Robert, jetzt, jetzt reichst Robert er hat mich bemerkt jetzt das hättet ihr aber gestern sehen müssen der Hendrik hat gestern irgendwie acht Heitens oder so alleine getötet das war richtig krass ja, Robert schafft das jetzt auch leider haben wir da nicht aufgenommen aber das war trotzdem richtig richtig krass ich sperr aufs nichts heraus er hat mich automatisch er ist komfort Kong Hohle correspondence dann war los da ist einfach so ausgeheift, wie er wusste, dass wird er zeigen amor Euro die Probezelle taktische Finesse ist aufgegangen ja wir sind laufen da war Richtung Loch er ist in Ordnung wir sind drei ganz große direkt nebenan die habe ich am Anfang gesehen neben dem Hauptkort hier ja aber ihr wolltet ja lieber zu dem anderen großen ja links Robert links links die holste Robert wenn du gewinnen willst musst du die eh töten scheiße ich will aber nicht gewinnen nein Robert kommt schon ja ich bin so zu dem Buch wir liegen gegen die Titanen 0 zu 4 hinten kommt schon einmal wollen wir auch gewinnen er ist auch nicht so groß durch die in der Runde wird das nix mit dem gewinnen doch Robert macht das A die ganze Zeit sagt rettet mich weißt du sind alle tot ja Robert auf das andere raus du musst dich auf das andere rausschwingen genau und jetzt hinter jetzt da hinten dran nein jetzt wieder auf das andere großes Problem was ich auch immer habe ist einfach bei mir jetzt jetzt es war in der da kommt nein mein Haken dass ich immer nicht damit und so ich komme immer nicht damit klar dass sie sich dann auch dass die nach unten schwingen dass es hier eine Erdachziehungskraft gibt wenn ich meinen harten werfen will ich immer dass sie straight erlang fliegen aber nicht dass die dann irgendwie noch also wie die drei einfach nebeneinander stehen und so ein bisschen Spaß haben ich bin wenn du auch im unnormaler den Blonden recht der Okin zum Traum das hat viele ich habe es geschafft, ihm auszuweichen. Ich konnte seinen Nacken nicht treffen, weil er in der Mauer glitzt. Auch nicht schlecht. Sehr schön, der unnormale ist tot. Gut, den kleiner habe ich auch nicht gefext. Ja, ist wie noch einer. Ich sehe da auch noch ein paar. Ja, lass erstmal zu Hendrik gehen. Okay. Ja, ich bin der Aufnehmende, ihr müsst mich schützen. Hey, nee, du bist der, du bist jetzt in den Aufnahmen, wenn man zuerst gestorben ist. Ja, du musst mich nicht der Aufnehmende. Das ist bei Hendrik aufnimmt. Ja, normalerweise... Siehst du den, Felix? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Achtung, da ist ein Crawler. Da ist ein Crawler. Oh, scheiße. Oh, scheiße, der hat uns gesehen. Ja, der trägt. Lauf! Wie wär' du? Lauf! Auf! Auf den Turm, auf den Turm! Nee, weißt du, wie hoch die springen können? Hendrik war gestern fast ganz oben bei der Mauer. Hey, du, einer muss ihn ablenken. Oh! Ja, ich lenke ihn ab! Nein, jetzt ist er wieder auf mich! Nein! Der Fagent hat mich gesehen! Wow! Alter, wie hoch der springt, ey! Das ist ja abnormal! Okay, das war's. Oh nein, doch, ich hab's geschaut, ich hab's überlegt! Oh! Crawler ist so abnormal. Okay! Oh nein, und jetzt ist auch noch ein normaler hier! Oh nein, der Dreck! Scheiße, da hinten kommt noch mehr! Der ist auf mich, der ist auf mich! Der normale! Hol'n dir jetzt! Und der Crawler auch! Felix, hol' dir den normalen jetzt! Oh nein, da hinten kommt noch einer! Wollen wir die Flucht ergreifen? Nein! Wie der Crawler nicht die ganze Zeit rum sprengt! Felix! Füße den normalen vor mir! Der ist auf mich gefext! Oder auch nicht! Nein, der ist doch auf dich! Ja, gut! Gut! Geweckt, Crawler! Geweckt ihn! Der kriegt dich in der Luft, pass auf! Ja, ich weiß! Sie ist richtig behindert, das Tier! Felix, du musst dich hinter den Stellen, dort wo der Turm ist! Dort wo der kleine Turm ist! Genau, geh auf den Turm, da war ich auch drauf! Nee, er ist oben, er ist oben! Wie hoch der einfach springen kann! Das ist so abnormal! Guck mal! Der R-N-Zitan kommt auch auf alle Dächer hoch! Aber wo ist er hin? Da hinten! Hinter mir! Der steckt immer noch bei der Wand fest! Ja, schwing ihn genau ins Maul! Ja, das ist die Methode! Oh! Felix, du, deine einzige Möglichkeit ist jetzt! Wenn er, wenn er landet, dann musst du schon... Ja, wenn er landet, musst du schon seinen Nacken greifen! Genau! Ah, der verfolgt mich! Ich hau ab, ey! Nein, Felix! Nein! Felix! Sag mich! Oder du springst ihm einfach ins Maul! Felix, jetzt, Felix, jetzt greif den Crawler an! Sonst geht ihr ohnehin nicht vorbei! Böser Endkampf! 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 Endboss! Felix! In der Serie hat auch noch Titan den Crawler, äh, hat auch noch Eren den Crawler besiegt! Ja, aber du bist Levi, du bist noch stärker! Recht von dir! Recht von dir! Ja, genau! Crawler auf einmal aufschlitzen! Das auch! Zeig das doch auch! Jetzt mach doch! Er hängt! Ja, deine Chance ist deine Chance! Komm! Schnapp dir seinen! Ah, er springt wieder! Du musst, wenn er springt und landet, musst du jetzt seinen Nacken greifen! Jetzt! Genau! Nacken! Greifen wir! Okay! Nice! Der hat ja auch nen Eis gerissen! Du hast keine Chance gegen die Huren Söhne! Es sei denn, du hast den Skill! Aber ich hab's! Es sei denn, du hast den Skill! Es sei denn, du spielst schon seit Ewigkeiten! Alter! Mann, jetzt kann ich nicht auswählen! Äh? Wieso wurde die Runde jetzt nicht gestartet? Ich wurde auch grad versettet! Ach so! Ja, okay! Ja, ich hab zu Eren gewechselt! Mikasa war mir immer ein bisschen zu schnell! Ach, der war denn zu schnell? Ja, ich weiß, ich bin immer über die Köpfe drüber geflogen! Da hab ich da keinen Bock mehr drauf! Hm? Vielleicht schon mal gucken, ob das vielleicht mit Eren besser geht! Da ist einer! Da ist einer! Ja! Das ist normaler! Aber ich kann keinen roten Rauch mehr setzen, weil ich den vorhin schon gesetzt habe! Der ist beim Hauptquartier! Ja, Hendrik, du bist da! Gut! Der ist gefokust! Ja, gut! Jetzt noch ein kleiner! Hä? Jetzt schlitzereit dich deinen Nacken auf! Was ist denn das für den Uhrensohn? Dankeschön! Ah, der Kleine, der Kleine, der kommt! Oh nein! Ah! Mein Superspinning-Move hat ihn nicht ausgeschaltet! Gute Hand! Aber meiner! Hä? Ich bagge unter ihm! Das geht gleich vorbei! Was sind denn welche? Da! Rechts! Vorne! Rechts! Rechts neben dem Loch! 15 Meter Klasse! Oh! Und noch einer! Noch einer! Ach da, ja, ja! Ich seh's! Ich seh's! Da drüben! Ich seh nur den da! Der mit dem Bart! Ich hasse den mit dem Bart! Das sind die schlimmsten! Das gibt's nicht! Oh oh! Ja, warte! Ey, ist glaub ich auf mich gefokustet! Der Special-Move ist auch nicht geil! Oh, Mann! Henrik, wenn du grade mir zugeguckt hättest, hättest du Action gesehen! Robert, warte! Ich komm jetzt zu dir! Nicht sterben! Oh, Mann! Kappen! Okay! Ja! Grüner Rauch! Grüner Rauch! Grüner Rauch! Overpowered! Ich seh immer so gelangweilt aus, wenn ich Lewy spiele! Ja, Lewy sieht ja auch in der Reihe immer gelangweilt aus! Das ist doch cool! Was sind denn die? Einer ist... Okay, die sind quasi bei uns am Spawn und dann rechts! Spawn Trapper! Spawn Trapper! Und beim Loch sind noch zwei! Äh, vom Loch sind wir grade weg! Ja! Ja! Ich bin grad wieder auf dem Weg zum Hautportieren! Äh, ne! Zum Spawn! Zum Spawn! Ja, jetzt wo ihr seid, heißt es... Ich weiß es auch! Genau! Ich müsste auch bald mal wieder mein Gas auffüllen! Hey, das müsste ich auch! Das hat mich bis jetzt in keinem Spiel gemacht! Hey, du brauchst doch noch nix! Doch! 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 Du hast deine Anzeigen immer noch unten! Ach so! Der ist auf mich gefixt! Robert! Okay! Wo ist Robert? Robert packt den Skill aus! Nice! Daneben! 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 Jetzt finde ich's! Ich finde es auf Robert gefixt! Oh nein! Oh Gott! Sehr gut! Okay! Dahinten ist noch gleich einer! Siehst du den? Ja, warte! Ja, ich sehe ihn! Felix, wenn du mit Robert dort bist, dann musst du nicht das rote Signal feiern! Doch! Das Zeichen für wir sind cool! Felix hat das Spiel jetzt raus! Robert, leider! Ich bin im Nacken, wenn ich treffe! Oh oh! Robert! Ja, warte! Ich bin auch gerade! Nein! Er ist auf mich gefixt! Ist doch gut! Da kann Felix ihn von oben schon finishen! Dodge Power! Dodge Power! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Felix, was ein Move! Jetzt von oben! Warte, ich lock ihn in die Gasse hier! Ach! Ich häng' gemein' in seinem Arsch! Scheiße! Jetzt kommt doch! Komm doch in die Gasse hier! Nein! 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 Oh! 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 Alter, wie ihr das... Wie ihr übelst knapp überlebt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich esse auf mich gefixt! Ich werde ihn verschicken! Hey! Ich stecke in seinem Kopf! Du bist du nicht auf естеig! Ich werde ihn mitfisern. Ich werde ihn ab 9. Du bist der Kult. Du bist der Kult. Vielen Dank.